Das Ostschweizer Polizeikonkordat betreibt in Amriswil eine eigene Polizeischule mit Aspiranten aus sechs Kantonen sowie aus dem Fürstentum Lichtenstein. Jedes Jahr absolvieren junge Männer und Frauen die zwölfmonatige Ausbildung und treten danach in den Dienst der Kantonspolizei Thurgau. Das Altersspektrum der Aspiranten bewegt sich von 20 bis 30 Jahren. Berufliche Voraussetzungen sind entweder eine abgeschlossene Lehre oder die Matura. In ihrer Ausbildung lernen die Aspiranten sehr praxisorientiert den Polizeialtag kennen. Die Dozenten stammen aus allen Kurs der Konkordatskantone. Auf dem Stundenplan stehen Fächer wie Kriminaltaktik, Psychologie, Rechtsmedizin oder Gesetzestexte. Aber auch Sport, Sanität und Schießen. Und in einem dreimonatigen Praktikum machen die angehenden Polizisten ihre ersten Schritte im praktischen Alltag. Bei einem Polizeiposten oder bei der Verkehrspolizei. Eine eidgenössische Prüfung schließt die Ausbildung ab. Eine gute Polizistin oder ein guter Polizist braucht eine hohe Sozialkompetenz, einen gesunden Menschenverstand und ein fundiertes Fachwissen. Genau das vermitteln wir an der Polizeischule. Bundesveranstalt. Bis zum nächsten Mal.